Was ist die Energieversorger? Als Energieversorger müssen Sie für höchste Verfügbarkeit Ihrer Betriebsmittel sorgen. Das Ziel ist ein fehlerfreies sekundärtechnisches System. Gleichzeitig sollen die Planungs- und Wartungskosten optimiert werden. Um das zu erreichen, muss der gesamte Lebenszyklus eines Betriebsmittels, zum Beispiel eines Schutzsystems, betrachtet werden. Nur so lassen sich die Kosten für die Errichtung und das spätere Betreiben ermitteln. Wir von Omikron haben viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme. Wie und zu welchem Zweck wird im Unternehmen geprüft? Dabei arbeiten wir eng mit Ihren Mitarbeitern zusammen und nutzen deren Expertenwissen. Wir untersuchen alle Phasen im Lebenszyklus. Von der Planung, Präqualifikation und Ausschreibung über die Inbetriebnahme- und Abnahmeprüfungen bis hin zu den späteren Wartungszyklen. Dabei stellen wir oft fest, dass es ein beträchtliches Optimierungspotenzial gibt. Mit einer einheitlichen Prüffilosophie lassen sich zum einen die Zeiten für die Prüfung reduzieren, zum anderen entsteht eine Technologie, die es jedem Mitarbeiter ermöglicht, eine gleich hochwertige Prüfqualität zu liefern. Sind auch Sie interessiert? Dann unterstützen wir Sie gerne bei der Einführung einer durchgängigen Prüftechnologie in Ihrem Unternehmen.